Meine letzte Chance, Wolf zu erledigen, war auf der Tiergartenlandebahn um 18.45 Uhr. Mir blieb nicht viel Zeit. Wolf zu stoppen, bedeutete geradewegs zurück ins Herz von Berlin zu gehen. Da der Großteil der Stadt in Trümmern lag, war der einzige Ort für den Schuss wieder da, wo ich begonnen hatte. Ich musste wieder zum Brandenburger Tor. Die Stadt stand in Flammen. Die Schlacht tobte. Wie eine Vision der Hölle. Und irgendwo, inmitten dieses Feuersturms, wollte der Bastard in ein Flugzeug steigen, in Sicherheit fliegen und alle Geheimnisse des Raketenprogramms nach Moskau bringen. Es sei denn, ich konnte ihn aufhalten. Ich meine, ich strawberries zeig. Vierge Was ist das? 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 Die Schlacht von Berlin endete um 8.23 Uhr am 2. Mai 1945, als General Weidling die Kapitulation der deutschen Streitkräfte General Tscheukov von der Roten Armee übermittelte. Wenig später war der Krieg beendet, aber schon begann ein neuer Krieg, der Kalte Krieg. Und ich war sein erster Soldat. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.